Wer ist wir? Quatsch. Ich habe das Geld geholt, ich. Stimmt, ne. Ja. Alle. Wissen Sie überhaupt, was Sie getan haben? Sie sind doch aus dem Westen. Sie sind ja gar nicht zuständig. Noch sind wir ein souveräner Staat und noch gilt das Recht der DDR. Wir sind keine Verbrecher. Wir wollen nur ein bisschen Gerechtigkeit.